Und klick. Und klick. Und klick. Und klick. Und klick. Und klick. Ja, also wir werden nicht unbemerkt angekommen sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber schauen wir mal. Hallo, okay, nein. Also anscheinend haben sich die Vagabunden damit einverstanden erklärt, hierher mitzukommen. Wahrscheinlich, um danach weiterzufahren, wohin auch immer. Aber sie werden nicht mit uns die Bohrinsel stürmen. Das wäre wohl doch Selbstmord. Das heißt, wir machen nur kurz so. Gehen da rein. Aber keiner schießt, also versuchen wir die mal zu deaktivieren, bevor sie ihre Meinung ändern. Willkommen bei Poseidonet. Gehe ins Auswahlmenü. Hilfe? Wir bedauern, dass die Hilfe-Datei überholt und zurzeit nicht verfügbar ist. Hilfe-Dateien aktualisieren. Ja. Benutzerhilfe-Dateien-Update mit Test-Version der Poseidonet-Software nicht verfügbar. Kaufen Sie bitte die Voll-Version. Hm. Seit ein paar Tagen überholt. Okay, einloggen. Dieser hat genehmigten Zugang. Ein SmithJ. Dieser hat irgendeinen speziellen Zugang. Präsident Passwort außer Kraft setzt in der Sicherheitsfunktion. Das klingt sehr gut. Hier, klick. Außer Kraft setzt in der Sicherheit erfordert das Präsidenten-Passwort. Erlaubte Optionen. Gegenaufstand. Notfalldefensive Systemstilllegung. Gegenaufstand hört sich so an, als wenn die Türme auf alles schießen, auf was wir normalerweise nicht schießen würden. Das klingt sehr praktisch. Vielleicht sollte ich etwas weniger Auffälliges versuchen. Das klingt sinnvoll, Albert. Ja. Was hältst du davon, wenn wir erstmal das so machen? Und da ein paar Punkte reinstecken. In der Hoffnung, das ist ein wenig, was hier hilft. So. Und wir loggen uns ein. Erstmal als dieser SmithJ. Da können wir uns da ein bestimmtes System umgucken. Und dann können wir danach versuchen, mit dem Präsidenten zu loggen. Äh. Sicherheitsstatus. Herunterladen beendet. Was? Pip-Boy? Was hast du da gerade runtergeladen bekommen? Nichts. Hä? Karte? Nö, das ist nur die aktuelle Karte. Das haben wir nicht runtergeladen. Mh. Danke zum Ladekran. Nein, das sind nur die Videos. Sehr komisch. Denken noch mal. Einloggen. Liste. Präsident. Gegenaufstand. Gegenaufstand. In dem Fall einer bewaffneten Rebellion befähigt die Präsidenten-Sicherheitsschlüsselkarte die defensive Systeme auf alle vorher treuen und jetzt bedrohenden Einheiten aus einem Gebiet anzuwenden. Defensive Systeme sind darauf programmiert, die gefährlichsten Feinde zuerst anzugreifen. Warnung. Derzeitiges Operationslevel nur Eingangslevel. Albert ist der Meinung, das hört sich sehr nützlich an. Ich wage zu widersprechen. Weil momentan sind wir keine Bedrohung für das System. Wenn wir jetzt einstellen, dass das System genau gegensätzlich arbeiten soll, dann sind wir plötzlich eine Bedrohung. Das sollten wir erst nutzen, wenn das System uns als Feind erkennt. Und halt die anderen Enklavensoldaten als Freunde. Was war das andere? Notfalldefensiv-Systemstilllegung. Notfalldefensiv-Systemstilllegung legt zeitweise aktive Sicherheitssysteme vom Level zu Level still. Stilllegung startet intensive diagnostische Prozeduren, bevor der automatische Widerstart der Sicherheitssysteme angeleitet wird. Das klingt schon eher gut. Also alle Türme werden deaktiviert. Ich kann hier durchlaufen, die Dorfbewohner finden, mit denen rausgehen und hoffentlich brauchen die Türme so lange wie aktiviert zu werden. Wir werden dann immer noch mit den Soldaten kämpfen müssen, weil hier werden Tonnen von Enklavensoldaten sein, aber wenigstens haben wir nicht nur die Türme, die wir uns beschäftigen müssen. Problem ist nur, wenn ich die Türme jetzt flach lege, dann kann ich sie später nicht nutzen, um die Enklavensoldaten anzugreifen. Ich glaube, ich nutze meinen Gegenaufstand trotzdem. Also eventuell schießen jetzt die Türme auf uns, aber sie sollten auch auf alle anderen Enklavensoldaten schießen. Präsidenten-Sicherheitsschlüssel wird benötigt, um auf diese Funktion zurückzuweifeln. Eine Schlüsselkarte wurde nicht gefunden. Ach so, eine physische Schlüsselkarte. Das ist natürlich sehr praktisch. Und für das andere Ding auch? Ich würde interessieren, ob ich den Scanner durch Einhacken in die Zugangsdatei täuschen kann, damit er glaubt, ich hätte den Schlüssel. Sicherheitsschlüssel, Scanner, viel Funktionen, er kann, Scanner, Neueinstellungen. Ich glaube, das war gerade nur zufällig, dass es nicht geklappt hat. Oh oh. Illegale Prozedur entdeckt. Weiterer Zugang zu diesem Terminal ist gesperrt. Verstärkungsalarm gesendet. Aber wir schießen keinen Türme auf uns. Ja, das ging mal in die Hose. Okay. Da ging es runter. Gucken wir uns erstmal hier weiter um. Immer erst Etagen wechseln, wenn man weiß, dass eine Etage gesichert ist. Ah, hier geht es nicht weiter. Schauen wir mal. Vielleicht hätten wir die Enklavenrüstung anziehen sollen, wo wir hier herkommen. Ja. Oh Gott, ist das... Naja, vielleicht können wir uns hier genauso reinschleichen wie bei Navarro. Hallo. Wo schaust du denn so? Also ja, anscheinend haben die echt nicht mitbekommen, dass da ein Schiff angedockt ist unter ihrer Bohrinsel. Wir können uns hier einigermaßen frei bewegen. Rumhängen verboten. Äh... Okay. Sollen wir jetzt dezenten Smalltalk versuchen zu betreiben, um mal rauszufinden, wo die Dorfbewohner sind? Gehen wir mal da runter. Oh-oh. Rum, 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 rum. Die Soldaten greifen mich nicht an. Bin mir sicher, dass die Soldaten mich angreifen, sobald ich die Roboter angreife. Aber dafür ist es wohl zu spät. Okay, schieß. Kuff. Klick, 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 klick. Oh Gott. Also, falls es eine Möglichkeit gab, sich reinzuschleichen, habe ich sie verbockt. Ja. Jetzt haben wir Leute mit Kausgewehren auf uns schießen und uns innerhalb von einer Runde auf die Hälfte der Lebenspunkte bringen können. Ein einziger Soldat. Jetzt, wie rein sehr guter Zeitpunkt, ein Terminal zu hacken und dem zu sagen, dass alle Roboter auf jemand anders schießen sollen. Oh, Gatling kann sehr guter Kriegdienst, die haben auch noch Schaden. Aber ich denke, ich werde eh nicht mehr dran kommen. Nö. Nö, 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 nö. Übel. Sehr. Was? Ah, jetzt. Okay. Du bist. Okay. Das müssen wir anders machen. Wir behandeln dich. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich nochmal ganz kurz zum Wagen zurück und hole die andere Power-Rostung. Also nicht nur, weil es besser zum Einschleichen ist und Albert wahrscheinlich selber auf die Idee gekommen wäre, dass mit so einer Bruderschafts-Power-Rüstung das keine allzu gute Idee ist, da hinzugehen. Und zum einen zum Einschleichen ist es gut, zum anderen zum RPen ist es gut und die Stats von der Rüstung waren auch noch besser. Denn wie ihr gerade sehen konntet, das ist ziemlich happig da. Aber selbst wenn wir noch komplett unsere gesamte Truppe hätte, mit Zulik und Vic und Cassidy und allen und Markus, selbst dann wäre das bocken und schwer gewesen. Das heißt, wirkliche Konfrontation haben wir null Chance. Wir müssen versuchen uns irgendwo... Wir brauchen diesen Präsidenten-Schlüssel eigentlich. Ah, aber das klingt zu schwer. Weil der Präsident, von dem wir ja schon einmal gehört hatten, dass sich irgendjemand als Präsident dort ausgibt, der wird gut verteidigt sein. Naja, schauen wir mal. So, wir hätten gerne... Weißt du was, du kannst also das nehmen mit. Und nur für den Fall, dass wir schwach werden, nehmen wir das auch noch mit. Und da wir nicht wissen, ob wir hier zu dem Wagen zurückkommen, nehmen wir den Gag auch noch mit. Okay. Du wechsel. Die Power-Rüstung, die alte. Ja, ja, ist okay. Gut. Jetzt zurück. Nochmal einkaufen, Fragezeichen. Also ich denke nicht, dass inzwischen in der Munition noch mehr Munition da ist. Und wir müssen sicher auch etwas brauchen, aber es ist halt unsere letzte Gelegenheit. Wenn ich jetzt wandern... Vindicator-Kleingeschütz... Wo kann man mit schweren Waffen nicht umgehen? Aber ich denke, das Ding hätte genug Umf, um alles durchzureißen. Problem ist nur, wir hätten dann auf jeden Fall nicht genug Munition. Wie ganz im Sinne von Albert dem Ersten sollten wir es versuchen, ohne Gewalt zu lösen. Und im Gegensatz zu Albert dem Ersten dieses Mal auch ohne Drogen. Dann klappt das hoffentlich doch alles ein wenig besser. Weil, um ganz ehrlich zu sein, Albert der Zweite hier schlägt sich bisher wesentlich besser, was gute Taten angeht, als Albert der Erste. Zugeben, immer noch ein paar Schläufersteine dazwischen. Aber alles in allem wesentlich solider als sein Vorfahrer. Dennoch hat er gerade unbewusst das Jet eingesteckt. Aber es ist für eine gute Sache. Dennoch werde ich versuchen, das nicht zu nutzen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob die hier zufällig jetzt so ein Jet-Heilmittel haben. Es ist geschlossen. Wir sind das auserwählte, erleuchtete Wesen. Wir sind kurz davor, unser Dorf zu befreien. Kannst du nicht ein wenig flexibel sein, was deine Öffnungszeiten angeht? Oh. Die da hätten wir ganz gerne. Ich denke nicht, dass wir 120 Kondome bei der Entklave brauchen. Und das war's, okay. Ja, kommt, ich bin zu wenig. Tauschen. Gut. Nein, nein, okay, raus. Und wieder aus dem Käpt'n. Jetzt sind wir ein wenig besser vorbereitet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, woran es eben lag, dass der Robert uns angegriffen hat. Lag es daran, dass einfach jemand in der falschen Powerrüstung im falschen Raum aufgetaucht ist? Oder lag es daran, dass wir versucht hatten, uns einzuhacken und dieser komische Sicherheitsalarm da ausgelöst wurde? Aber wenn der Alarm ausgelöst wurde, warum wurden wir nicht sofort von der ersten Wache angeschossen oder vom ersten Sicherheitsturm? Oh. Oh, anscheinend sind sogar erpicht darauf loszugehen. Das ist sehr gut, okay. Das heißt, wir lesen jetzt noch kurz die beiden Bücher. Und dann starten wir erneut das Schiff. Als wenn gar nichts passiert wäre. So, ein D-Link-Dine Electronics noch. Ah. Okay. Wie sehen die Werte jetzt aus? Reparieren ist gut. Wissenschaft erhöhe ich trotzdem nochmal. Eventuell sogar über 100. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob das daran gelegen hat oder ob das von einem Intelligenzwert abhärt. Hängt aber gut. In der nächsten Folge geht's wieder los. Bis zum nächsten Mal.